hallo und herzlich willkommen zu einer neuen vergebung des 19 auf der hochbergmann was mit meinem ping jetzt los? fack grad der ping ordentlich rum. will runter gehen wir wieder? irgendwas hat er grad? hab geh fahrern was ist der ping so hoch? wir müssen schon in meinen inneren Seiten rumkacken so bleibst du mal stehen du weile soo wenn ich mal kurz was gucken was mein innern nicht sagt geht da grad mal gar nicht soo so da bin ich wieder jetzt sind wir schon mal leicht runter jetzt eigentlich guter senden und empfangen habe ich eigentlich gutes langsam fängt er sich auch wieder geht langsam runter aber 170 ist doch noch ein wenig hoch ja jetzt sind wir mit den Aufnahmen neu starten jetzt sind wir mit den Aufnahmen nur machen wenn er noch höher geht vielleicht fängt er sich das mal rum am feld das wieder runter geht also unter 100 möchte er schon wieder gehen ganz liegt werden wir so 40 50 wenn er nur am am upload liegen wo ich grad was hoch lade hier so reinkommen so rumspackert was anderes da gehen noch höher 250 480 bis jetzt bis jetzt über der Empfang ist derzeit im Keller ich habe einen beschissenen Download selbst im Kilo Bit Bereich rum und darum ist die Verbindung so scheiße warum auch immer 300 Kilo Bit Empfang zurzeit ist ja richtig bescheiden ob es nach dem Download sich ändert der Download ist eigentlich fast in Ordnung wo ich den Ohnende-Apload finde ich auch in Ordnung ich hab grad mal ein bisschen was über die Hälfte 6% in Ping ist das ja Katastrophe in Ping ist das ja Katastrophe den Ping kann sich fast gar nicht machen 130 ja viel runter dann sind wir können wir damit arbeiten ich hab nichts für in die Gelb das hab ich kein Problem damit das sind wir gewohnt auf der Bergmann damit hab ich null Probleme damit hab ich null Probleme damit hab ich null Probleme der Ping erholt sich langsam der Ping erholt sich langsam bloß es leckt immer mehr ich hab soviel Datenabgriff hier bei mir in der Gegend oder was ist Phase ich komm ich hier näher näher hochworts raus haben dem hochworts 250 ja grausam hoch 5 ja grausam hoch 5 was hat 200 und 300 Kilobit pro Sekunde ja grausam hoch weiß ich noch was jetzt ist kann man Speedtest bei Gelengheit durchführen kann man Speedtest bei Gelengheit durchführen Linksbums. Ach da hinten steht da, ich sehe ihn gerade. Jetzt geht er noch mehr in den Keller. Jetzt hat sich der Ping gefangen. Ah der Ping geht wieder. Wie ich mir das nicht erzählt habe, hat er im Upload gelegen. Ich glaube der Franz Old nebenbei abgeloatet, was ich aufgenommen habe. Jetzt geht der Ping wieder. Warum auch immer. So. Dann kommen wir ja nicht durch. Mit dem normalen Bereich. Ich weiß gerade, ich weiß, der Server ist ein bisschen verfluckt. Wollen wir jetzt so gucken. Ich habe im Zaka aber nicht viel mehr Daten als im Kilobit Bereich. Mehr braucht schon bei der Server nicht. Wenn er wirklich so blutscheiden wäre, hätte ich ja die Verbindung verloren. Ah, ich weiß, was das war. Was irgendwas am Server. Und zwar schließt er erstmal die Ursache bei mir, aber... ...mitunter ist man immer nie immer der die Ursache. Die Kühe sind erstmal ausgemistet. Nur noch schnell flürzt den Schafen. Im Moment bin ich gleich wieder da. So. Jetzt aber. Traufe. Lieber. Ja, das. Ich habe hier. Habt eigentlich noch. Die Lage ist noch da. Wo auch noch. Was? Habt eigentlich noch. Die Lage ist noch da. Dann haben wir es hier. haben nicht viel runter jetzt haben wir die Tiere eigentlich auch versorgt, Felder sind versorgt, Tiere sind versorgt so gut wie, müssen wir bei den Schweinen gucken, da wir genug Ferkelschnühe angesammelt haben ja, das war gerade wieder, das hat es mit X, da muss es folgen so, der Lee angesät haben wir, wie ging denn alles ist auch, hier ist auch erstmal alles soweit versorgt schauen wir noch bei den Schweinen dürfte aber jetzt gar nicht so viel sein eigentlich so so und 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 ich mach mal konstruierter x zu bis unten bis unten und da kam es die nächste hole oha hier was sind hier ich lasse ich erstmal hier geht so das passt so und erst wenn da kommt kein Platz mehr da kommen wir wahrscheinlich am besten jetzt gucken wir mal bei den Typen so so jetzt nicht ob sie und da haben ok so so jetzt noch viel Platz gut so so sind auch versorgt so 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 wir sitzen hier aus der Bäckerei so wir sitzen hier aus so so und nachher aber noch näher ran brennholz 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 und ich glaube ich muss jetzt einmal wieder dann selber neu start machen vorher speichern dann kann man selber neu starten so 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 quicker so so vorher Der Pinkhorn ist bei beschisseren Pinkern ordentlicher getragen muss ich mal so ehrlich dazu sagen das Ding ist eigentlich im Safety Bereich, das wollte ich mir behaupten dann kommen wir hier das, aber ich stelle mal den Backstück weiter hier rüber damit auf die Nase fallen wenn sie es prozent ist gefüllt dass die Nase fallen noch mal rückgegangen jetzt war es verpackt 3-Band-Leister, ich fasse das das ist das was ich nicht so mag hier am aber das müssen wir durch weil wir ein entscheidendes Handling wieder haben Brot ist full ob die Brotkisten alle voll Brot haben wir noch drin, wir passen hier rein Brot sind drin, Brot haben wir noch Brot haben wir noch Brot haben wir noch aber kümmer ich mich morgen drum in der nächsten Folge sagen wir mal so denn wir sind schon wieder am Ende der Folge eingelangt wenn es euch gefallen hat lasst für den Däumchen da gehen raus tschau tschau sagt euer Jasu dann dann Vielen Dank.